Und tschüss! Und damit auch ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Kills on Shatterfall Wahrscheinlich jetzt die letzte Folge Der ist mal weg Wir sind jetzt wahrscheinlich die Frau Ey, Lukas ist ja jetzt gestorben Von unserem eigenen Boss Was liegt denn hier? Eine Zeitung Oh, was war das? Okay, das ist wahrscheinlich runtergekracht Gehen wir jetzt mal hier durch Okay, jetzt sind wir unsichtbar Und jetzt wieder auf! Sehr gut, wir haben jetzt aufgemacht Jetzt müssen wir uns anschleichen Wow Wow So, den haben wir Da hinten ist noch einer Okay, der ist noch nicht tot also Sehr gut Und da müsste es jetzt auch weitergehen Nehme ich mal eine Waffe auf So, jetzt haben wir die Netz Zutritt verschaffen Und auf mit der Tür Okay, hier ist auch noch eine Kamera Weg mit der Ich bin's nur Sehr gut, den haben wir erledigt Und weiter geht's Und auf Okay, da oben ist keins Ist hier noch einer da? Ne, also nicht Okay Dann scannen wir mal Okay Dann gehen wir eben durch die Tür weiter Und auf mit der Tür Wir sind jetzt unsichtbar Und ich hoffe, dass wir auch durchkommen Wir müssen uns ein bisschen etwas beeilen Wir müssen hier hoch Das sind auch normale Menschen dabei Boah Müssen wir uns vorbeischleichen Boah Nein Nein Boah Boah, geh weg Boah Hier ist noch einer Boah Die greifen uns ja alles schon an Na dann Da hinten kommen noch welche Die machen wir erstmal fertig Warum steht, wir haben drei Minuten Zeit So wie es aussieht Okay, wir laufen mal weiter Ah Mist, das war jetzt ein Fehler Die blöde Kamera weg Bleib stehen Okay, hier Oh, jetzt zieht die rauf Sehr gut Wir haben einen Sniper Können wir uns auch zu machen Seht nicht danach aus Sie wissen, dass ich hier bin Das ist ja jetzt das blöde Jetzt komm Wow Hä, wo schießt du einer? Ich sehe keinen mehr Hä, wo? Wo denn? Können wir runter? Wo? Schmeiß mal eine Granate Boah, das war aber jetzt knapp Sonst ist keiner mehr da, oder? Ah, okay Boah, das könnte doch gefährlich werden Das ist so nahe wie eine Drohne Ja, sehr gut Wo uns das stören kann Wir gehen mal runter Auf uns sichtbar, natürlich Wo müssen wir jetzt hin, ist die Frage Und jetzt Scannen Sehr gut Wo? So, die Frage jetzt weiter Man, geh weg Oh je Wir haben nicht mehr lange Gar nicht gut Hier oben Kann ich jetzt nochmal uns sichtbar? Ja, kann ich Sehr gut, dann gehen wir jetzt Runter So schnell wie es geht, natürlich So So jetzt bin ich hier unten Okay, hier können wir noch durch Sehr gut Und scannen Und jetzt können wir schon wieder runter gehen Und jetzt ein bisschen Lüftungsschacht Bisschen rumkriechen Wir sind richtig So wie es aussieht Sehr gut Hier noch Und jetzt Ja Auf Ja, das haben wir auch geschafft So, unsere Sniper Haben wir bereits Und jetzt können wir es auspacken Unsere Sniper So, jetzt ein bisschen einstellen Wir wollen an ihn rächen So wie es aussieht Weil er Lukas getötet hat Und tschüss Jetzt in Zeitlupe Und das war es Mit Let's Play Kills und Shadow Fall Es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht Das zu zocken Natürlich hoffe ich euch Dass es euch auch gefallen hat Und damit hätte ich nie gerechnet Dass Lukas stirbt Wir wollen natürlich Rache an ihn nehmen Und deswegen, ja Hat jetzt die Frau Rache genommen Und jetzt ist er auch tot Und dankeschön fürs Zuschauen Wir sind es dann, ja Einen neuen Projekt Oder dann im nächsten Video wieder Beste Anleiter Ciao Ciao